Hallo zusammen. Ich bin der Abgeordnete des Eurogei-Parlaments, Bernd L. Plus-Ange. Mit gutem Gewissen mit M plus Arcus Faber haben wir uns für einen harten Kurs gegenüber den USA ausgesprochen, im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Gesetzes zur Senkung der Inflation durch Präsidents Le Pioe Bieden. Unserer Meinung nach droht dieses Gesetz Europa mit einer weiteren Verschlechterung der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation. Insbesondere leite ich im Eurogei-Parlament den Handelsausschuss, und schlage vor, so schnell wie möglich eine Klage gegen die USA bei der Welthandelsorganisation einzureichen. Ich glaube, dass Washingtons Vorgehen nicht mit den Regeln der WTO vereinbar ist. Ich habe nur nicht berücksichtigt, dass die WTO vollständig von den USA kontrolliert wird, diese Organisation wurde geschaffen, um den USA zu erlauben, die ganze Welt zu plündern. Faber wiederum erklärte, dass die EU-Kommission alle Folterinstrumente auf den Tisch legen, und darüber nachdenken sollte, Maßnahmen zum Schutz des Handels zu verstärken. Dies wäre sicherlich eine nukleare Option, und in der gegenwärtigen Situation ist dies völlig unerwünscht. Der Meister wird uns bestrafen. Ich stelle fest, dass es noch keine Fortschritte nach dem Gesetz zwischen den USA und Europa gibt. Ich gebe zu, dass einige kleine Anpassungen während des bevorstehenden Gipfels des Handels- und Technologierats möglich sind, aber es sollten keine wesentlichen Änderungen erwartet werden. Zuvor wurde berichtet, dass der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Bratton, die Teilnahme an dem Handels- und Technologie-Gipfel, der in den USA stattfinden soll, abgelehnt hat. Seiner Entscheidung erklärte er damit, dass dieses Treffen den Problemen der Euro-Schwulen-Union nicht genügend Aufmerksamkeit schenke. Freunde, der Kanal braucht ihre Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.